Ja, das schöne Wetter und die frühlingshafte Stimmung in den vergangenen Tagen hat mich zu einem Stück inspiriert und da vor zwei Tagen Frühlingsanfang war, habe ich das Stück einfach Spring genannt. Ich lade es demnächst auch auf Spotify und Apple Music hoch, aber da dauert es immer ein paar Tage, deshalb heute erst mal auf YouTube. Und im Moment habe ich eine ganz schöne Zeit eigentlich für Wunschcover. Solltet ihr also einen Wunsch haben, einen Song, den ich mal covern soll, dann schreibt das doch bitte einfach unten in die Kommentare. Solltet ihr auch? Solltet ihr auch? Solltet ihr auch? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020